So hello, hello, wir spielen heute Rocket League mit den Toops. Hallo Rocket Lager! Okay, okay, fällt auf vor. Der Rocket League nicht kennt, es ist praktisch Fußball nur mit Autos. Autos, brumm, 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 brumm! Was? Nee! Okay, okay. Egal, eins, zwei, das ist easy. Das hol mal easy auf. Man sieht das gerade die KMH, lol. Ja, aber die hat ja ein cooles Auto und die können nur eine Markierung, ey. Er hat wahrscheinlich so richtig viel Geld ausgeben für die ganzen Kisten. Was? Warte, bleib, bleib zugeh so vorne, bleib zu緒en. Bleib zu tief hinten, bleib zu hinten, bleib zu hinten. Ich werde mich jetzt erst den guten Hautre rausnehmen. Pass mal laut, ich würde sagen, den guten Hautre geradeaus. Ja, dann nimm mir mein Nitro weg! Das ist gemein. Oh mein Gott! Was ist denn mein Nitro? Er hat gerade gфjlt? Er hat gerade gfailt? Warte... Ja, okay, ich habe auch gerade gfjlt. Nee, ich habe auch gerade gfjlt! Ja, alle gfjlt. Egal, egal. Ob gfjlt, aber absichtlich. damit du den kriegen kannst, ja komm wenn das ne Vorlage wird das ne Vor... Pfff... Nein, er hab ich getötet Oh mein Gott Leute, ich hab grad noch den Geg... Egal, ok, passt, passt Ok, zweiter Heuer, das ist einmal easy Ja, das ist, den lassen wir den Vorlauf, weil ähm, wir... Das ist nicht so sozial, weil sonst ist das immer zu gut und dann haben die keine Lust in den Geist Ja, dann werden die wieder, ja, ja, ja Ja, los, fahr, 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 schnell Jürgen, fang... Du musst schon anfangen, bei zwei vorzufahren... Ey, das geht gar nicht Jürgen, das geht, das musst du einfach nur wollen Leute, ich hab grad Leck oder so Ok, ok... Hallo Jürgen? Ja, ja... Nein! Ich hab Leck! Müse Lecks! Oh, oh... Egal, du hast den Ball kalten Ich wacke jetzt aufs Nitro Wacke aufs Nitro! Ok, ich habs Nitro... Das war ein Torschuss, den ich gemacht hab? Ok Oh, Jürgen, bitte nicht bei mir stehen bleiben, weil sonst wenn du mir die ganze Zeit auf den Nacken bist, dann bringt das nichts, weil dann können die ganz easy ein Tor machen Guck mal, die laufen, sind auch schon wieder zu zweit an einem Punkt Ok, ja, das ist ein bisschen dumm, aber die... Wahrscheinlich sind die random... Randoms... Was? Hast du vorgemacht? Ja! So am letzten... Am letzten Millimeter! Gib dir! Okay Wow, Jürgen hat ein Tor gemacht! Das ist... Wir müssen wissen, Jürgen ist richtig schlecht Ich hab auch die ganze Zeit nur nach oben gekriegt Ich hatte die ganze Zeit ne Bike-Kamera drinnen Egal, egal Aber ein cooles Torschuss-Ding ins Animation Los, 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 los Jürgen hättest du jetzt schon losfahren müssen Bei zwei musst du losfahren, weißt du? Nein! Ich mach das nicht, weil... Wenn ich das machen würde, würden die sich nicht richtig beschwinden, aber bei dir würden sie es verstehen, wenn du es machst, weißt du? Boom! Komm, der muss doch reingehen! Junge, das war ein schöner Fallrückzieher! Mann, das ärgert mich! Ich will jetzt mein Geld zurück Los, Jürgen! Los, Tackle! Was macht Jürgen? Super gemacht! Hast du? Ja, mehr oder weniger Ich hab dem das Nitro weggenommen Oh mein Gott! Ich hab ne Parade gekriegt... Was?! Nix! Ah komm, den muss ich doch noch rein... Einmal muss ich doch noch ein paar... Oh mein Gott! Zumindest 4 Tore will ich noch machen! Komm! Ich brauch's nicht! Junge, die sind total verwirrt gerade! Ja, Mann! Das darf, das darf, das darf, das darf! Das darf! Oh mein Gott! Ich hol den! Ich hol den! Hol den! Ach kacke, der haut ihn erst nach vorne, oder? Ne, doch nicht! Den musstest du jetzt rein kriegen! Ich hab kein Nitro! Ich bin beim Tor! Ah! Na! Hau ihn! Okay. Hau nach vorne, hau nach vorne! Ich glaub... Ich schaff's noch nicht! Okay... Okay, hau den! Na, na, na... es ist unmöglich fast ja die haben doch relativ noch sich irgendwie abgesprochen oder so ich habe noch falls jetzt komplett nach hinten pflegt sonst ist ein tor noch das über vorne also gleichstand es war richtig gab auch beim anderen egal wenigstens tor du hinten ja aber komme ich von hinten und drücken ich habe anstatt d zu drücken habe ich f gedrückt ist im vorkommen also ich habe im sprachstatt geredet das war eine schöne verlängerung was hat das für ein schuss jetzt jetzt wow machen jetzt wow machen und kein problem kein problem oh mein gott okay war du wieder vorne dann bleibe ich hinten next next okay schon nicht dran da ich doch was ich will ich will ich will noch ich bin noch mindestens zwei punkte machen das ist mein ziel für heute muss jetzt nur noch jetzt müssen ja genau nach vorne um das was er zu zweit kommen wir zu zweit mal jetzt habe ich die beide gleich und sie haben mich dann was das ist so knapp er zu viel glück aber nicht mehr lange nein das wird eine verlängerung das wird eine verlängerung ich kann nicht ich habe ich habe gedrückt gekommen dann müssen wir dann diesen hier dann muss jürgen so egal war schon ob ihm das nicht so weggenommen den krieg ich den krieg ich ich weiß nicht ich werde ihn explodieren lassen Tobes bitte am anfang wurde der Gottküpf die gar nicht konntest einfach nur nicht mehr reingefahren bist warte lass mal konzentrieren bitte oh oh ja bitte mit der Hand raus aufhören ja wenn die jetzt den Punkt machen dann ist es vorbei Johan ja oder oder wenn wir den Punkt machen ist es für die vorbei ich hab den anderen wegkaut ja oh mein Gott das müssen wir schaffen das müssen wir schaffen komm hau nach vorne oh oh bitte geh rein bitte geh rein nein ich hatte kein Hydro lol lol nein oh mein Gott das ist grade richtig knapp alter nein 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 nach hinten ah kacke ich hab den nicht richtig gekriegt nein 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 my god knee mein Gott nein 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 Warte, warte, warte Geh du ins Tor, geh du mal kurz zurück ins Tor Okay, mach ich Mein Gott, ich wusste, dass was passiert wäre, ich hab kein Nitro Nein, 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 nein Hm, oh mein Gott, oh mein Gott Hey, Hürn, bitte, den kriegst du rein Den kriegst du rein Alter Wow, wow, wow Wow, wow, danke, danke, danke Oh mein Gott Ey, das war richtig knapp Oh mein Gott Okay, dann lass mal Wenn die Revanchen lassen, äh, machen Warte mal, wollen die Revanches Ist die Frage Los Hürn Hürn Ja, ja So So, wir sind jetzt in der nächsten Runde Tops Der geht rein, der geht rein, ich sag, der geht rein Ui, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Alles gut, alles gut Oh oh Den glaub ich hab ich nicht Ui, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Lalalalalalalalalalalalalala Ich hab ihn jetzt nicht weg, noch mal ein bisschen blöd Aber egal Oh oh Bitte, bitte, bitte Nein, das war alles Nein, das war alles Okay Uff Egal Los, bevor Ja Du musst denn jetzt die Leute anschreien Los Nein, du musst den Sprachstatt anschreien Wir gehen in Sprachstatt Äh, eh, oh mein Gott Yo, yo, yo In Ordnung Alles gut Hab ich Oh mein Gott Geht da rein Geht da rein, geht da rein Geht da rein, geht da rein Ich hab schon wieder komplett gefehlt Dankeschön Die Qualität ist übelst dumm Sprachstatt irgendwie Ja, aber das ist ja mein Dingsumster Mein, 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 äh Das stimmt dein Headset, oder? Ja, ne, ne, nicht mein Headset, sondern mein Dingsumster Wollte sagen, aber Jetzt weißt du, ich hab vorhin mal Ja, der Typ will mich schon wieder töten Der Typ Oh, uh Okay, okay Nice Ja, Fian Die wollen, die wollen, die wollen Nicht zum Explodieren bringen, damit du die anschreist Ne Ne Ich bin nicht dabei, ne? Ja, ja Fian, schon wieder Die Gegner hat mich auf dich geschubst Mal kurz warten auf das Nitro Ich hab das Nitro Danke Jörn Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Egal, 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 egal Ich hab das In Grenzen Ja, 44 Ah, es passt wieder Jetzt passt wieder Grünbereich Das war ne Vorlage Das, das wär fast ein Tor Äh Sorry Vorlage Ja, wo mein Nein Warte Warte, aber ich mach jetzt gleich ne Vorlage Vorlage, die sich gewaschen hat Oh Den hab ich so perfekt gekriegt Ich kann sich eigentlich ne Vorlage waschen Oh, oh, der ist ein Ups Ey, was ist das mit der Vorlage waschen? Du hast grad gesagt Äh, dass ich die Vorlage waschen kann Äh, nein Julian Du hast grad gesagt Ich weiß ne Vorlage, dass ich die Vorlage waschen kann Julian, fahr auf Ich bin hochkonzentriert bei dem Spiel Du musst jetzt losfahren und Los, schrei die an während du vorfährst Los Oh oh Nein Hau ihn weg Jöns Hau ihn weg Hau ihn weg Jöns Oh, ein Kurzverklapp Mein Gott, ich bin so verwirrt gerade Bitte 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 Ich hab da einer blockt Äh, tups Heißt, heißt, heißt Oh, ho, ho, ho Heißt, heißt Heißt, heißt Heißt, heißt Den krieg ich nach oben, ne Das ist eine freine Nein Machen rein Machen rein Ich hab mich weg geboostert Das war ein Trick, um sie zu verwirren Jetzt haben sie nämlich gedacht, dass ich nichts treffen kann So, nice Oh oh Ich hab ein Nitro Das ist ein Nitro Oh, was? Blalalala Blalalala Gönn die Klaus mir jetzt nicht Fischischen Oh mein Gott, zups Ich mach Vorlage Ich mach Vorlage Ich mach Vorlage Danke noch nicht Fahr nach hinten, fahr nach hinten, fahr nach hinten Ah Ich hab's schaffstensicht, oder? Äh, das könnte sein Schaffst du Vorlage? Ah ne, kacke Das war jetzt, das war richtig kacke Oh Leute, Zentimeter hat den blockt, einfach Oh oh Den kenn ich ja irgendwo her Ja Will er keinen Namen nennen, Julian Warte, den müssen Lalalalalala Alles, alles, alles Kannst Vorlage irgendwie Oh 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 Ja, ich hab für ihn ne Vorlage gemacht Nee Ziemlich gute sogar Nee Es ist Ich hab dem schon dreimal gedacht, dass wir Jumps zuerst sind Ja Ja Tops 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 T Jetzt habe ich wieder 1300xp sah. Das war jetzt mal für die Folge. Liked das Video und lasst ein Abo da, um mehr Rocket League zu sehen mit dem Tobes. Und tschau!